So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part Quarz. Zirp, zirp, zirp. Hätte ich jetzt gesagt, wenn es so wäre, ist es aber nicht so. Frag mich jetzt bitte nicht, warum ich ein Bild von Babos hier vorne habe. Aber, lass mich es erstmal so sagen, ja. Die letzten zwei Tage kamen, die zwei Parts Quarz, die gekommen sind, nicht in die Abo-Boxen. Also sie wurden nicht veröffentlicht, beziehungsweise nur sehr, 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 sehr spät veröffentlicht. Und von daher habe ich jetzt einfach mal, ja, habe ich mir einfach jetzt mal das Recht genommen, hier auf diesem Video darauf aufmerksam zu machen. Die letzten zwei Videos, also Part 43 und 44, ja. Falls ihr noch nicht gesehen habt, unbedingt reinschauen. Richtig spannende Parts, Top 4, mit dem Nummer 4 und der Champion Battle, ja. Also, das hat es in sich, meine Freunde. Das hat es garantiert in sich, nicht verpassen. Sehr wichtig und, ja, das war es eigentlich schon. Mehr Infos, zum Beispiel, warum sich der Kanal und so weiter in letzter Zeit klein wenig verändert hat, gibt's, äh, demnächst, wenn ich Zeit hab. Von daher, wieder schon reingauern, Leute. Bis bald, macht's gut und ciao. Euer Rie. PS. Daniel stinkt. Und Zirka auch. Und Enzo. Und TK nicht vergessen. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.